Also, ich hätte meinen Kopf verwettet eigentlich, dass es dazu nicht mehr kommen würde und habe fest angenommen, dass es einen Kollegen machen würde, der Patrick Stewart ja inzwischen auch fantastisch synchronisiert hat. Und ich konnte es nicht glauben, als die Arena an mich herantrat. Und ja, das gebe ich am besten mal so wieder, wie das ablief. Telefon klingelt ja, hier ist Harbing, das ist der Geschäftsführer der Arena. Ja, Herr Meinge, ich wollte mal fragen, wie geht es Ihnen? Ich sage, den Umständen entsprechend gut. Ja, arbeiten Sie denn noch? Oder würden Sie noch arbeiten? Arbeiten Sie denn noch? Sie wissen, was vor zehn Jahren passiert ist, dieser Krankheitsvorfall, der mich leider gezwungen hat, nicht mehr zu arbeiten, weil er nicht so ganz ohne Folgen geblieben ist. Und ich würde natürlich gerne. Ja, wir hätten da was. Da ist eine neue Serie. Und wir würden Sie gerne mit dem PK mit Patrick Stewart besetzen. Sie haben den doch früher in The Next Generation gesprochen. Ja, sage ich in 100 Folgen, aber vor mir war es ja Rolf Schult. Und Herr Harbing, ich habe fest angenommen, ihr nehmt Kaspar Eichel. Der hat das doch wunderbar gemacht. Und das ist dann ohne Risiko. Der ist Gott sei Dank noch gesund. Und nein, wir würden... Herr Harbing, das kann ich eigentlich so nicht riskieren. Ich würde vorschlagen, wir machen einen Test. Wenn es möglich ist und Sie ein Studio haben, ich komme hin und wir probieren es. Und dann können Sie immer noch entscheiden, ob es gemacht wird mit mir oder nicht. Natürlich, natürlich würde ich es jederzeit gerne tun. Der Test wurde gemacht, einige Wochen später. Und ich bin nach Hause gekommen, um ehrlich zu sein, habe zu meiner Frau gesagt, Na, was war, fragte sie. Ich sagte, kannst du abhaken. Das wird sowieso nichts. Kannst du mir glauben, das geht doch gar nicht. Und dann klingelte abends das Telefon. Herr Harbing war dran. Herr Harbing, wir haben uns die Aufnahmen jetzt nochmal angesehen. Und ja, wir möchten es eigentlich mit Ihnen machen. Ich sagte, was? Ich wollte es nicht glauben. Aber es wurde dann gemacht. Und ich muss sagen, meine Bedenken, die waren nicht so ganz unberechtigt. Denn um ehrlich zu sein, ich hätte es nie und nimmer geschafft. Nie und nimmer. Und es ist mir ein Bedürfnis, an dieser Stelle zu sagen, dass eigentlich es ein Verdienst, wenn die Synchro so toll geworden ist, wie man ja bei Fans im Internet dann gehört hat, ein Verdienst des Teams ist. Ich muss sagen, ein Regisseur, Oliver Feld, der mit Akribie das gemacht hat, mit aller Genauigkeit, der immer wieder den O-Ton gehört hat und gesagt hat, hör dir das nochmal an. Und nein, das war es nicht. Mach mal. Um möglichst halbwegs, ganz schafft man es ja nie, kongruent zu sein mit dem Original. Und irgendwo scheint es ja gelungen zu sein, auch der Tonmeister, die auf die kleinste Unsauberkeit geachtet hat. Ich selbst habe es dann an zwei Stellen gemerkt, als ich mir die Folgen angesehen habe im Fernsehen. Und eine Katerin, Gott, die hat mich gequält, aber ich könnte sie drücken dafür. Die hat nicht die kleinste Schludrigkeit durchgelassen. Und es geht ja bei der Thekerin los. Ich hoffe, ich werde nicht zu breit. Es geht bei der Thekerin los, die kleine Takes für mich gemacht hat. Der Aufnahmeleiter, der die Termine meinem Alter entsprechend und der Situation kurz gehalten hat. Und das alles musste ja irgendwo von der Geschäftsführung der Arena Synchron noch abgesegnet werden. Dann spielt ja auch die Ökonomie eine Rolle. Und es sind ja dadurch auch mehr Termine geworden und weniger Takes, die ich dann pro Termin gemacht habe. Aber ich glaube, also für mich war es eine Bestätigung, dass man es nochmal schaffen kann. Und das wollte ich mir beweisen. Und ich hoffte damals, dass es gut werden würde. Und inzwischen habe ich von einigen Seiten gehört, dass es gut geworden ist.